Oh, das Kuschballer ist wieder übertrieben, oh die Shit, wir gehen rein ins Duell. Ähm, ja genau. Schön hier, bisschen Master-Duell. Wir schwitzen natürlich hier im absolut kranken Goldrang, wo die Champs der Champs, wie ich, abhängen. Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Ich war letztens noch irgendwie Diamond 3, dann hab ich jetzt irgendwie... Zwei, drei Duelle verschissen, war Platin 5 oder Platin 1, dann ging neue Season los und dann war ich Platin 5 und dann ging jetzt die Season los. Ich hab nicht gespielt in der Zwischenzeit, oh wir sind erster Golden First in Wallet and Yu-Gi-Oh, keine Chance. Ähm, dann war ich auf einmal fucking Gold 5, aber es ist chillig, weil Gold sind immer so die Lary-Duellanten, so wie ich. Ähm, da kann man immer ein bisschen, kann man ein bisschen chillen. Och man, schon wieder gebrickt, so ne Scheiße. Ja, ich bin предeuer und was war ich, ähm? Untertitelung des ZDF, 2020